Ich probier die Kappe. Alright. Kann ich nur das, äh, Pinke blocken? Geht's bei ihm? Nee, geht nicht. Oh Gott! Ich wollte nur testen, chill! Ich bin ready, fuck dead! Ich muss gar nicht alle killen, merke ich grad. Ich muss nur bis zum Ende kommen. Oh! Holy shit, das war close. Oh Gott! No! No! Fuck, Neustart! Fuck, Neustart! Fuck, diese Geist! Wie viele kommen noch? This timing, oh Gott, ich bin dead. Motherfucker! Ah, easy! Finally! Ach, war gar nicht so schwer. Ist das ein Boss? Ist das ein Boss? Fuck! Oh mein Gott, Bro! Okay, Neustart! Wow! Was war mein Ult? You good, man? Oh Gott! Fuck! Was ist der Unterschied zwischen... Okay. No! Come on! Follow me! Bro! Bro! Oh mein Gott, man! Come on! Come on! Wie?! Wie?! Oh, ich hab's nicht gesehen! Chad, wie komm ich da rüber? Ich hab's nicht gesehen! Okay, der hat gereicht. Ich hab gedacht, das geht nicht. Aber wir sind... Shut up, Chad! Shut up! Oh Gott! Here we go! Okay, wait! Holy shit! Ah, ich versteh's! Dann in der zweite Phase. Fucking Onion. Oh Gott, Carrot! Ich hasse Carrots! Bro, der Boss war so leicht! Fuck Carrots! Der Schleimboss war für mich der schwerste Boss bis jetzt. Ich muss doken für das eine. Warum haben die Position gewechselt? Ehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh? What? Okay, ich wusste nicht, dass zwei Frösche fucking Spielautomaten werden. Oh! 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 Oh mein Gott! Alright, zumindest sehe ich, was das nächste ist. Holy shit! Oh Gott! Was ist das? 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 Oh. S! Wait, das ist ein Boss? Ich habe das Gefühl, ich gehe Boss nach Forstrad durch. Ah, okay. Wie stoppe ich das? Was ist das? Wie kann ich das zerstören? Ich kann's nicht zerstören. Chat, kann man das Orangene oben zerstören? Ich habe keine Ahnung, wie ich zerstört habe. Aber ich habe dafür ein Leben gewastet. Oh Gott! Dammit! Gott! Ah! So close! Die dritte Phase ist so fucking easy. Warum ist die dritte Phase die leichteste? Oh, okay. Nice, guy. Nice. Okay, was passiert weiter? Wait, wie, wie? Dumme Lady, komm raus! Was? Und was? Wurde ich gerade gekillt? Was schießt ihr da? Lady! What? Das bleibt! Ah, das verfolgt mich! Ihr Kopf verfolgt mich! Ah! Ah, okay! Ich krieg Schaden! Ihr Kopf ist so dumm! Oh, finally! Du dumme Ho! Du dumme fucking Ho! Goddammit! Wie lange saß ich dran? Ich habe verkackt, okay. Nice old Chip, nice old. What the fuck passiert hier? Was ist das? Wut? Oh, shit. Das ist mir? Nice old, nice old, nice old. Nice old. Oh, Gott. Seine letzte Phase. Ich habe ihn noch nicht. Okay. What the fuck? Ist das hart? Bro, das ist disgusting. Ich werde zehn Stunden brauchen für dieses Game. Wann ist deine Phase over? Super! Okay, nächstes Mal. Ich krieg Schaden, wenn ich da in der Ecke bleibe. Okay. Diese fucking Achterbahn. Holy fuck! Wo bin ich? Please. Oh, alright. Cool. Easy. Ich war so close. What the fuck? Wo ist der da? Wo habe ich Schaden herbekommen? Oh. God Gamer, Chat. God Gamer. Zweite Welt fast durch. In wie viele Stunden? In zweieinhalb Stunden. Oh, Chat. Oh. Holy shit. What the hell is? Diese Scheiße. Oh mein Gott, Bro. Es ist schrecklich. Bro, dieses Level ist anstrengend. Ich bin zweimal gleich gestorben. Holy shit. Ich kann nicht wahr sein. Ich kann nicht glauben, dass ich... Ich bin stuck. Bro, ich hasse es hier jetzt schon. Holy shit, man. Wann kommt immer der Schwanz? Fuck, ich bin... Oh mein Gott, Bro. Der Letzte, der springt. Oh, holy fuck. Wer sind die? Wer sind die? Oh mein Gott, Bro. Oh mein Gott, das ist ein Miss. Ah. Woher kam diese random Kugel? RNG-Ship-Drache. Wait. What? Oh, God. Who is that? Who is that guy? Was macht der da? Warum ist es wieder so eine RNG-Scheiße? Wie bin ich da runtergefallen? Bro, diese... Diese fucking Plattform sind small. Was ist das? Wie dodge ich das? Wo dodged man das? Okay. Okay. Alright. Good to know. Good to know, Chad. Good to fucking know. Good to fucking know. Chad, ich habe schon viel Spaß. Ich liebe dieses Spiel. Gamer des Jahres 2022. Ich bin nicht Gamer. Ich bin nicht Gamer. Ich bin kein Gamer. Ich bin kein Gamer. Nenn mich nicht Gamer. Ich hasse mein Leben. Warum werde ich davon immer geh... Oh, God. Fuck. Ich habe verkackt. Die Kugel ist neu. What the fuck is das?! Ah! Oh! Bro! Er kann noch was spucken! shit she is kind of hot was Was? Was? Ich habe einen Boss-Boss-Try geschafft. Noch nie, man. So talentiert bin ich nicht. Oh, ich bin nochmal hochgesprungen. Bro! Hau! Hau! Er war in der falschen Richtung. Okay! Er macht es fünf Runden lang immer das gleiche. Aber dieses Mal macht er es nicht. Bro! Oh Gott, diese scheiß Drecksgeister! So mad. Ich bin so hart mad. Ah, mein Gott, diese fucking Kürbiss-Shit! Ich kann nicht. Ich schwöre, manchmal geht ein Parry nicht. Manchmal funktioniert der Parry nicht. Timing ist falsch. Weil, I swear, manchmal funktioniert das nicht. Nice, okay. Boah, wie viel muss ich dodgen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott! No way! Heißt, ich muss jetzt eine 3 würfeln. David. Okay, ich baue eine 2, Chad. Ich baue eine 2. Ich habe alles hingearbeitet auf eine 2. Ich baue eine 2. Bitch! Ja! Egal, darauf habe ich gewartet, Chad. Darauf habe ich gewartet. Das war das Setup, was ich haben wollte. Ja! Man kann nicht gleich... Man kann nicht zweimal den gleichen Parry. Fuck! Okay. Fuck, ich würde Parry. Wie tut's mir das? Ich liebe es, was gerade passiert ist. Wow! Die... Okay! Was? Ich bin dummer Bullshit. Ah! Man, ich hasse dieses Game. Fuck! Okay, es ist nicht smart, in deinen Ecke gerade zu stehen. Ich hätte da eigentlich kein Damage bekommen sollen. What? First try. Oh! Oh! Sorry, what? Ah! Hey, ich bin verwirrt. What? Wie komme ich denn? Ich verstehe nicht. Wie dodge ich das? Bro, come on! Mach was! Holy shit! Dieser fucking Baiter. Er ist so gut. Hallo, wie lange lebt er? Yes. Holy shit! Was ist das für ein Streuschuss? Macht er überhaupt Schaden? Oh mein Gott, ich habe keinen Damage gemacht. Shit, die Waffe ist so ein Shit. Scheiß Eiscreme! Hör auf! Fuck! Fuck! Ulti is wasted! Bro, er spawnt auch in mir. Chill, chill, okay? Okay. Ich bin fast beim Ende. Was, was? Stop it! Ich sterbe. Bro, was werde ich gehittet? Oh mein Gott, das sind Leuchtesachen. Ich habe sie in die falsche Richtung gedutscht. Stop it! Warum sind die Female Böse immer so cancer? Bro, holy shit! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Hier ist viel, hier passiert zu viel für meinen Kopf. Es ist ein Overload von Sachen, die ich dodgen muss. What? Was schießt mich ab? Bro! No! Warum ist sie wie ein Würstchen? What the fuck is das? Oh my gosh! Oh. Here is a real time-lap button. It's gone! Fuck! Wie hat dieses scheiße Feuer? Oh, goddammit. Hasse ich Feuer. Ich bin so mad. Warum? Bro, okay. Wo soll ich das wissen? Ich verspreide. Oh, ja. Blah, 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 blah. Häääh. Blah, blah, blah. Wie lange überlebt sie? Ich muss schießen. Ich muss schießen. Ich dachte, sie ist ein Parry-Ding. Chad, ich dachte, die killt man mit Parry. Nice. Nice, Chad. We're done. We're done. No, uninstall. Hast du den Secret Boss gemacht? You fucking kidding. Wo ist ein Secret Boss? Wer ist das? Talk to the first place finisher, the second place dogs. They will put your ears down in the graveyard to interact with the gravestones, starting in the middle as your reference always, and you'll be interacting with gravestones. Warum hast du es nicht früher gesagt? Okay. Okay, kann ich hier unten stehen? Ich bin verwirrt. Bro! Holy shit! Dör auf zu schießen! Was schießt ihr alles? What the fuck passiert hier gerade? Shit. Shit. Wow. Das war schnell. la Eva. Outro Ich bin » Ich war's.